Ja, bitte? Ich bin Ihre königliche Hoheit, Eva-Maria Christine Margret, Prinzessin von Schleswig-Holstein Sie sagen, ich bin die Größte in Deck- und Seidzeit. Ich weiß gar nicht mehr, seit wann. Ich studiere, aber nicht an so schönen Tag wie heute. Da möchte ich es lieber ins Grüne. Knurr nicht, du Kühe, oder ich halte dir die Schnauze zu. Es ist alles aus. Verlieb mich nicht. Das ist der Blue Beat, Blue Beat, Blue Beat, my boy. Moment bitte. Vielleicht reiche ich, ich schlage den Bull. Hallo, Bull. Hallo. Wunderbar, ich hab doch gewusst, ich kann mich auf dich verlassen. Ich? Eine, die es gut nie gemeint. Daddy? Mir geht's fabelhaft. Nein, so fabelhaft geht es mir gar nicht. Große Probleme. Sie dürfen nicht so reden. Mir ist es ganz ernst. Der Hokuspokus, den mein Lieblingssofarbe hat. Das mag nichts. Das tue ich immer, wenn ich Kummer habe. Dähne ich sowas. Schluss. Aus. Nun, liebe Zuschauer, folgen Sie mir doch für ein paar Minuten, auf mein musikalisches Lieblingsgebiet.